Windows 11 soll angeblich das bisher beste Windows von Microsoft sein, also das beste Betriebssystem, doch das sieht in der Praxis ganz anders aus. Die Marktanteile steigen nicht nur sehr langsam, sondern mittlerweile sinken sie sogar wieder, weil die Leute abwandern. In diesem Video schauen wir uns an, warum Windows 11 gar nicht so wirklich das beste Windows, also das beste Microsoft-Betriebssystem ist und sogar so schlecht ist, dass viele Leute es nicht mal geschenkt haben wollen. Dieser Trend ist gar nicht so neu. Windows 11 erschien ja Anfang Oktober 2021 als überraschender Nachfolger von Windows 10. Das hat viele damals gewundert, weil es ja ursprünglich so verstanden wurde, dass Microsoft nach Windows 10 keine neuen Hauptversionen, also Windows 8, Windows 10, Windows 11 und so weiter herausbringt, sondern bloß noch fortlaufende Aktualisierungen für Windows 10, das heißt ähnlich wie Roll & Releases, wie man es von verschiedenen GNU-Linux-Distributionen her kennt. Etwa ein Jahr später, also Ende 2022, hat man hier mal geschaut, wie ist so die Verbreitung. Da waren es nicht mal 15% der gesamten Nutzer, die hier von StatCounter erfasst wurden, die also Windows 11 verwenden. Damals dachten sich manche noch, na gut, vielleicht braucht es ein wenig Zeit. Allerdings auch ein knappes Jahr später, also Ende 2023, sieht das Ganze nicht wirklich viel besser aus. Für Microsoft zumindest, der Marktanteil, der lag hier bei knapp 25%, ist also in einem Jahr nur ziemlich langsam gestiegen. Größere Updates wie 23H2 konnten daran auch wenig ändern. Wesentlich beliebter ist dagegen der Vorgänger Windows 10, der hatte hier Ende 2023 einen Marktanteil von über 71%, also weit mehr als das Doppelte von Windows 11 zu dieser Zeit. Etwas weniger schlecht sieht es auf der Spieleplattform Steam aus. Die machen ja immer so Hardware-Umfragen und gucken, was die Nutzer so verwenden. Da hatten wir hier Anfang 2024 mit Windows 11 einen Marktanteil von gut 44%. Zwar immer noch ein gutes Stück weniger als Windows 10, aber eben schon mal deutlich höher als das, was wir hier so im gesamten Schnitt von allen gesehen haben. Auch das war aber nur eine Momentanaufnahme. Hier sieht man nämlich, da gab es auch schon Zeiten, wo Windows 11 wieder Marktanteile verloren hat. Also sprich, sie haben nicht bloß langsameres Wachstum gehabt, sondern da sind Nutzer weg von Windows 11, die hatten da keine Lust mehr drauf. Das war auch kein Einzelfall. Hier im März 2024, also noch aktueller, hatten wir das gleiche Spielchen nochmal. Da hat Windows 11 gegenüber Windows 10 Marktanteile verloren. Da sind also Nutzer zurückgewechselt. Das gefällt Microsoft nicht so wirklich, denn die möchten den Support, also die Unterstützung für Windows 10 im Oktober 2025 einstellen. Das heißt, dann gibt es keine Updates mehr. Es wird nicht mehr gepatcht. Da sind ja immer ein ganzer Haufen an Sicherheitsmängeln drin, also wird dann gefährlich. Deswegen haben wir hier ein Interesse, dass möglichst viele auf Windows 11 umsteigen. Das ist beachtlich, weil die Nutzer Windows 11 gar nicht selber finden müssen, sondern Microsoft arbeitet schon daran seit längerem, wie man das den Leuten aufdrehen kann. Hier von Februar 2023, da gab es hier für die Windows 10 Nutzer solche Vollbildfenster, wo man hier eine Info bekommt, so nach dem Motto, du hast hier irgendwas gewonnen. Du kannst jetzt kostenfrei auf Windows 11 upgraden, musst also keine neue Windows-Lizenz kaufen. Hier sieht man auch, wie Microsoft gezielt sogenannte Dark Patterns einsetzt. Das heißt, man versucht durch verschiedene psychologische Tricks die Leute zu einer Handlung zu bewegen, die für sie eher von Nachteil ist. Zum Beispiel dieser Get It-Button, der ist blau. Das ist meist immer so der Knopf, der die rote Linie vorgibt. Nur wer genau ins Kleingedruckte guckt, der findet hier unten Keep Windows 10. Das heißt, man kann das auch überspringen, muss man aber hier unten erstmal sehen. Normal ist man ja gewohnt, hier unten ist irgendwie so Werbung und Impressum und sowas. Also hier ist Microsoft schon manipulativ dabei. Solche fragwürdigen Praktiken sind ja gar nicht so ganz neu bei Microsoft. Schon als Windows 10 kam, war es hier so, Windows 7 und Windows 8.1 Nutzer, die haben hier so ein Symbol bekommen. Damit konnte man sich das kostenlose Upgrade auf Windows 10 reservieren, musste man hier zuerst noch aktiv anklicken. Das haben wohl weniger gemacht, als Microsoft hoffte. Deswegen wurde das Ganze hier verschärft. Es kamen hier dann so Pop-Ups, wo ähnlich verfahren wurde. Ihr seht es hier Upgrade Now oder Heute Nacht. Also hier habe ich gar keine Möglichkeit mehr, das jetzt zu deaktivieren. Man konnte es am Anfang noch schließen, das kam dann zwar später wieder. Irgendwann hat Microsoft das Ganze umgebaut, das Schließen als Zustimmung gewertet wurde. Das heißt, dann wurde eben das Upgrade durchgeführt. Und damit haben sie ziemlich viele Leute verärgert, vor allem die kleineren und mittleren Unternehmen. Hier zum Beispiel aus der Schweiz. Da gibt es Hunderte, die hatten da jetzt Systeme, die sich automatisch oder ungewollt geupgradet haben und dann eben zu Problemen geführt haben, dass da Software nicht mehr lief, die Nutzer eine Schulung brauchten und so weiter. Das hat Microsoft so dreist auf die Spitze getrieben, dass es da jetzt dann einige Fälle gab, wo dann auch zum Beispiel selbstständige Personen ihre Geschäfte nicht mehr betreiben konnten. Hier in einem Fall wurden sie sogar verklagt. Da hat nämlich eine selbstständige Verkäuferin, hatte das Thema, die hatte einen Computer mit Windows 7 bzw. Windows 8.1. Da kam diese Upgrade-Aufforderung. Das wollte sie nicht. Trotzdem hat Microsoft ihre Ablehnung ignoriert und das Ganze eben auf Windows 10 geupgradet. Dummerweise war ihre Software, die sie eben für ihre Geschäfte eingesetzt hat, nicht damit kompatibel. Das heißt, die konnte nicht mehr arbeiten. Also war sie stinkesauer, hat Microsoft verklagt. Die mussten dann hier 10.000 Euro bezahlen. Das ist doch das falsche Signal. Hat der Konzern daraus gelernt? Natürlich nicht. Sowas wird als Werbungskosten abgesetzt. Ist ein Trinkgeld für die. Das gleiche kommt jetzt wieder, nämlich Anfang diesen Jahres eine zweite Welle, wo man nochmal die Leute nervt, dass sie hier gefälligst upgraden sollen. Microsoft wäre nicht Microsoft, wenn sie nicht weiter eskalieren würden und die Daumenschrauben immer weiter anziehen. Hier gibt es jetzt schon neue Pläne vom April, dass noch mehr Systeme einen Upgrade-Hinweis bekommen. Damit auch viele das Upgrade durchführen, hat man jetzt hier nochmal eine neue Variante eingeführt. Die ist ebenfalls ziemlich aktuell. Da kann man jetzt eben nicht mehr wirklich das dauerhaft ausblenden, sondern bloß noch später oder eben jetzt sofort. Plus man muss hier mehr Sachen durchklicken wie beim Vorgänger. Obwohl Microsoft diverse fragwürdige Tricks benutzt, um den Marktanteil zu erhöhen, klappt das aber nicht. Viele lassen sich Windows 11 trotzdem nicht aufzwängen. Warum ist Windows 11 also so unbeliebt? Der erste ist gleichzeitig auch der offensichtlichste Punkt, nämlich die extrem hohen und vor allem künstlichen Systemanforderungen. Es werden nur noch ausgewählte neue Prozessoren unterstützt. Außerdem erzwingt Microsoft TPM in der Version 2.0. Eine Statistik von Unternehmenscomputern hat herausgefunden, dass fast 43% der Geräte diese hohen Anforderungen für Windows 11 nicht erfüllen. Das ist eine ganze Menge hier. 27 Millionen Geräte in 60.000 Unternehmen, also durchaus aussagekräftig bei dieser Menge. Ein Jahr zuvor, also Marktstart von Windows 11 ungefähr, da waren sogar noch über 57% der Computer. Auch das finde ich beachtlich, weil Firmen tauschen ihre PCs meist alle paar Jahre pauschal. Bei Privatpersonen dürfte diese Zahl noch deutlich höher liegen, denn da gibt es im Regelfall keinen Grund dazu. Die werden deutlich länger genutzt. Von dem her können viele gar nicht upgraden. Im Gegenzug bekommt ihr eben bei Windows 11 nicht mehr ein System, das jetzt so wirklich revolutionär besser ist. In Praxistests ist auch neue Hardware mit Windows 10 ähnlich schnell noch viel schlimmer. Es fehlen sogar einige Funktionen in Windows 11, die in Windows 10 vorhanden waren, teilweise seit Jahrzehnten. Ein Beispiel, die Taskleiste, die konnte man bisher bei Windows 10 frei platzieren. Ob man die unten, oben, links, rechts haben wollte, alles kein Problem. Ist mit ein paar Klicks ganz offiziell erledigt. Haben sie in Windows 11 hier rausgeschmissen, die muss jetzt zwingend unten sein. Das betrifft auch Dinge im Alltag. So gibt es noch ein paar andere Beispiele, wo Dinge schlechter geworden sind. Das haben auch viele Nutzer kritisiert. Microsoft dagegen hat versucht, das Ganze auszusitzen, mit nicht sehr großem Erfolg. In Teilen sind sie mittlerweile sogar zurückgerudert. Zum Beispiel, das Gruppieren in der Taskleiste ist auch so ein Punkt. Haben sie auch rausgeschmissen. Mittlerweile ist es wieder drin, aber ihr seht schon am Datum, das hat einige Zeit gedauert, bis Microsoft da wieder zurückrudern wollte. Und das halt auch nur in Teilen. Zwar wird Windows 11 weniger schlecht, aber es ist halt in manchen Punkten immer noch schlechter als Windows 10. Nicht nur die Hardwareanforderungen von Windows 11 sind so radikal hoch wie nie. Viel Kritik hat auch der Kontozwang bei Windows 11 ausgelöst. Der war mit Windows 11 Home schon von Marktstart an vorhanden. Hier ist es auch dokumentiert. Windows 11 Home Edition erfordert eine Internetverbindung und ein Microsoft-Konto. Das heißt, hier könnt ihr kein lokales Konto mehr anlegen, wie es bisher bei Windows 10 möglich war. Wer kein Microsoft-Cloud-Konto möchte, der soll Windows 11 Home nehmen, hieß es damals. Dummerweise hat es nur wenige Monate gedauert, bis Microsoft auch hier die Daumenschrauben enger angezogen hat. Das Ganze wurde nämlich dann hier Mitte 2022 auch auf die Pro-Edition erweitert. Die kann man offiziell nur noch mit einem Online-Konto verwenden. Vor allem in Windows 11 hat Microsoft auch das Thema Werbung für sich neu entdeckt. Zum Beispiel hier bekommt ihr dann Werbung für hauseigene Produkte, wie zum Beispiel den Edge-Browser oder Bing. Und das durchaus auch mitten im Spiel. Also sprich, das ist Microsoft vollkommen egal, ob euch das stört. Hauptsache, ihr konsumiert deren Werbung und nutzt deren Dienste. Das gibt es seit Monaten für diverse hauseigene Dienste. Hier zum Beispiel ist es dann nochmal Edge im April 2024. 2021 sogar eine Taskleiste, kann bald Werbung kommen mit Empfehlungen. Aber solange müsst ihr gar nicht warten. Ihr habt nämlich jetzt ziemlich aktuell seit Ende April Werbung im Startmenü bekommen. Hier seht ihr das, da können sich Partner von Microsoft dort einkaufen, ihre Werbung buchen. Dann ist hier zum Beispiel vom Opera-Browser kommt hier so ein Icon, damit da die Leute auf sowas aufmerksam werden. Das habt ihr bestimmt im Startmenü gesucht und erwartet, oder? Das ist nur ein Auszug. Es gibt da noch weitere Punkte, zum Beispiel die Widgets. Aber ich will es ja gar nicht in die Länge ziehen. Fakt ist, bei Windows 11 gibt es einige Baustellen. Die ziehen sich auch in Dinge, die nicht richtig funktionieren. Also nicht bloß ungewollte Funktionen. Zum Beispiel hier berichten viele, es gibt Probleme mit der Soundwiedergabe, also mit dem Ton. Dann soll der Bildschirm flackern. Die Suche findet Sachen nicht. Die ist ja allgemein ziemlich kritisiert. Habe ich ja auch schon mal in einem anderen Beitrag gezeigt. Dertige Probleme könnte man vielleicht kurz nach der Veröffentlichung noch tolerieren. Aber mehr als zweieinhalb Jahre später sind sie schon peinlich und sicherlich kein Argument dafür, sich einen neuen PC zu kaufen, um dann mit Windows 11 noch viel mehr Ärger zu haben, als vorher schon mit Windows 10. Microsoft kann sich sowas aber leisten, weil sie mit Windows eben bis heute noch eine quasi Monopolstellung haben. Hier sieht man aktuelle Zahlen von StatCounter. Da liegt Windows hier bei um die 70%. Die große Mehrheit bleibt aber auch über zweieinhalb Jahre nach dem Erscheinen von Windows 11 beim Vorgänger, obwohl Microsoft ja aggressiv mit manipulativen Tricks versucht, die Windows 10 Nutzer unbedingt, ich will nicht sagen zu überzeugen, aber in Windows 11 irgendwie unter zu jubeln. Ist das der Anfang von einer Trendwende? Oder folgt die nächste Normalisierung, in dessen Folge sich Windows Nutzer bald noch mehr von Microsoft gefallen lassen? Eine spannende Frage, weil derzeit hunderte Millionen PCs auf Windows 10 noch laufen, die beerdigt der Konzern im Oktober 2025. Oder hat ein signifikanter Teil von euch genug von diesen Gängelungen, sodass die große Wechselwelle hin zu freien Betriebssystemen erst noch bevorsteht? GNU Linux macht seit Jahren Fortschritte, während Microsoft bewährte Funktionen in Windows 11 streicht. Es liegt also an dir bzw. an euch, ob ihr Microsofts Konsumorgie mitmacht auf Kosten der Umwelt sowie deines Geldbeutels oder dem Konzern nach Jahren von fragwürdigen Methoden bis teilweise illegalen Methoden Grenzen setzt. Die nächsten Einschränkungen, Preiserhöhungen oder andere Änderungen zu eurem Nachteil werden ansonsten kommen, das ist bloß eine Frage der Zeit. In der Cloud sind sie schon längst soweit. Bist du schon bei GNU Linux oder noch bei Windows 11 bzw. Windows 10? Schreib's gerne auf ULabs, den Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.